Wir sehen eine unglaubliche Kurs-Explosion bei den ganzen Meme-Werten. Tag zwei, die Aktien von EMC haben sich zeitweise mehr als verdoppelt. GameStop auch, SunPower bis zu 160 Prozent im Plus, auch wenn in den ersten Handelsminuten die Swings so gigantisch sind, dass ein wesentlicher Teil der Kursgewinne schon wieder in Rauch aufgegangen ist. Aber Moment, das kann sich in zwei Minuten auch schon wieder ändern. Ja, der Irrsinn ist wieder da, die Meme-Werte boomen. Das überschattet stückweit die Erzeugerpreise, die im April über den Erwartungen des Marktes lagen. Wie dem auch sei, wurden die Märzdaten nach unten revidiert und nimmt mal diese beiden Monate zusammen. Ja, dann ist die Entwicklung nicht so heiß, wie die Initialdaten heute Morgen signalisiert haben. Ändert aber natürlich nichts daran, dass morgen früh die Verbraucherpreise gemeldet werden für den April. Und wenn ein bisschen die Nervosität im Vorfeld zunimmt, wäre das für die Wall Street keine große Überraschung. Ah nee, das ist das Falsche im Moment. Miau! Roaring Kitty is back in town. Jawohl, Keith the Gill ist das erste Mal seit drei Jahren also wieder bei Twitter aufgetaucht. Am Muttertag, das erste Mal die Message, I am paying attention. Und seitdem ballern die ganzen Meme-Werte nach oben. Wir sehen Kursexplosionen, wie wir sie das letzte Mal im Jahr 2021 gesehen haben. Januar 2021. Hier mal ein sehr schöner Chart von GameStop. Das, was wir, dieser kleine Blip nach oben rechts, das sind die letzten zwei, drei Handelstage. Und dazu ist das, was wir im Januar 2021 gesehen haben bei GameStop fast noch ein Witz. Da ist also daran gemessen vielleicht sogar noch Potenzial. Aber der Anstieg ist ansonsten gewaltig. Wir hatten am Montag ein Handelsvolumen, das fast 30 Mal so hoch war wie sonst. Man schätzt, S3-Partner schätzt, dass etwa 25 Prozent der Aktien von GameStop vor einigen Tagen noch short waren, leer verkauft waren. Und die sogenannten Shorties sind ganz schön am Rennen. Bloomberg schätzte, dass die Leerverkäufer per gestern Abend mit etwa 1,4 Milliarden Dollar in den roten Zahlen stehen bei AMC heute Morgen. Und der Wert hatte in der Spitze einen Anstieg von über 120 Prozent, auch wenn ein wesentlicher Teil der Kursgewinne zur aktuellen Minute jedenfalls abgegeben wurde. S3-Partner schätzt, dass etwa 19 Prozent der handelbaren Aktien vor einigen Tagen noch leer verkauft waren. Also Short waren am Montag Waren auf diese Position noch vor Gewinne von etwa 102 Millionen Dollar. Daraus wurde dann per gestern Abend ein Verlust von fast 130 Millionen Dollar. Und die Verluste dürften bei den Kursentwicklungen, die wir aktuell sehen, wohl auch noch ein bisschen größer werden. Also der Wahnsinn ist wieder back in town. Man merkt, dass Investoren vor allen Dingen Angst davor haben, die nächste Rallye zu verpassen. Die Angst ist größer als die Sorge, vielleicht in Gewinnmitnahmen reinzulaufen. Das erklärt auch, weshalb sich der Markt nach den Erzeugerpreisen wohl wieder ganz gut stabilisieren kann. Zugegebenermaßen die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sind nach den Erzeugerpreisen sogar leicht gesunken. Der US-Dollar-Index sieht auch keine wirklich nennenswerte Veränderung. Also warum sollte der Aktienmarkt hier dann auch stärker unter Druck stehen? Man muss bei den Erzeugerpreisen auch sehr genau hinschauen. Es ist vollkommen richtig, dass die April-Erzeugerpreise heißer waren als erwartet. Keine Frage, schauen wir uns die Zahlen mal an. Die Gesamtrate im Vergleich zum Vormonat 0,5 Prozent plus. Erwartet wurde ein Anstieg von 0,3 Prozent. Die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie auch plus 0,5 Prozent. Und erwartet wurde hier 0,2 Prozent. Die Vorjahresvergleiche wurden mehr oder weniger getroffen, waren vielleicht hier und da ein bisschen heißer als erwartet. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Faktor, die April-Daten waren heißer als man dachte, aber die März-Daten wurden eine ganze Ecke nach unten revidiert. Und wenn man jetzt diese beiden Monate einfach mal zusammennimmt, waren die Daten so schlecht letztendlich nicht. So, hier sehen wir nochmal in einer Grafik die Erzeugerpreise für den April 2,2 Prozent beziehungsweise 2,4 Prozent. Die sogenannte Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie. Und in der Tat sehen wir, dass im Vergleich zu den Tiefs im vergangenen Jahr, dass wir hier mehr Dynamik sehen. Also die Dynamik, die Preisdynamik hat hier wieder bei den Erzeugerpreisen im April ein bisschen zugenommen. Bei den Verbraucherpreisen bin ich wirklich gespannt. Die meisten Marktteilnehmer, Morgan Stanley, Goldman Sachs und der Konsens gehen davon aus, dass die Verbraucherpreise im April im Rahmen oder vielleicht sogar ein bisschen unter den Schätzungen liegen werden. Morgan Stanley rechnet immer noch mit drei Zinssenkungen in diesem Jahr ab September, dann auch im November, dann im Dezember, vier im kommenden Jahr. Morgan Stanley lehnt sich hier also weit aus dem Fenster. Und auch Goldman Sachs sagt, die Verbraucherpreise, die Kernrate wird ins Jahresende hinein weiter abkühlen. Ich bin deshalb gespannt, weil wir so viele Aprildaten in der Zwischenzeit hatten, die alle über den Erwartungen des Marktes lagen, was die Preisentwicklung betrifft. Wir hatten gestern die Preisentwicklung bei dem Konsumentenvertrauen der Notenbank von New York, die Inflationserwartungen auf einen Jahressicht der Konsumenten höher als erwartet. Wir hatten gestern auch bei der Notenbank von Cleveland die Prognosen der Firmen zur Inflationsentwicklung höher als erwartet. Wir hatten das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan am Freitag, die Inflationserwartungen höher als erwartet. Während den ISM-Einkaufsmanager-Index für die Dienstleister und Industrie für den April höher als erwartet. Aber die Verbraucherpreise morgen sollen im Rahmen oder niedriger ausfallen. Ich bin wirklich gespannt, ob das letztendlich gesehen tatsächlich so eintreffen wird und ob der Markt das dann auch letztendlich so gut verdauen kann. Dann sollte es letztendlich gesehen anders sein. Für meinen Geschmack achten wir zu stark auf die Inflationsentwicklung und zu wenig auf die Wachstumsentwicklung. Denn wir sehen kontinuierlich Zeichen, dass die amerikanische Konjunktur an Dynamik verliert. Aktuell haben wir noch das Goldlöckchen-Szenario, das letztendlich gesehen, die Fett wird sinken. Ja, die Wirtschaft kühlt ab. Die Unternehmensgewinner aber laufen weiter und dementsprechend sind wir jetzt quasi in dieser Übergangsphase. Das habe ich gestern schon im Detail durchgesprochen. Deshalb möchte ich das heute nicht nochmal machen. Heute wird sich Jerome Powell zu Wort melden. In wenigen Minuten sozusagen ist es kurz vor 16 Uhr in New Yorker Mitteleuropäischer Zeit, 10 Uhr meiner Zeit. Jerome Powell wird hier also an einer Veranstaltung des Niederländischen Bankenverbands teilnehmen. Da wird man sicherlich heute nach den Erzeugerpreisen gut hinhören. Gut hinhören, das wird man auch bei der Rede von Joe Biden heute, um kurz nach 18 Uhr, 18.15 Uhr genau zu sein, in mitteleuropäischer Zeit. Wie seit Tagen berichtet, wurden jetzt also die Einfuhrzölle aus China für bestimmte Waren deutlich ausgeweitet. Das klingt erstmal sehr negativ, man darf aber nicht vergessen, das betrifft etwa 18 Milliarden Dollar an Importe. Ist also jetzt nicht wirklich gigantisch groß, hat also somit auch einen gewissen symbolischen Charakter. Aber nichtsdestotrotz werden damit die Weichen für die Zukunft gestellt. Die Einfuhrzölle auf chinesische E-Autos werden vervierfacht von 25 auf über 100%. Die Einfuhrzölle auf Lithium-Batterien, also auf E-Auto-Batterien, werden ebenfalls von 7,5 auf 25% angehoben. Die Zölle auf Solarzellen werden verdoppelt von 25 auf 50%. Davon müssten jetzt zunächst einmal einige der amerikanischen Anbieter profitieren. Wie dem auch sei, ist die große Frage, ob China auch darauf reagieren wird mit Gegenmaßnahmen. Hier also nimmt die Ungewissheit in dem Zusammenhang sicherlich auch stückweit ein bisschen zu. Ich bleibe mal bei den Ergebnissen aus China. Alibaba hat Ergebnisse gemeldet, die unter den Erwartungen des Marktes lagen. Man muss bei den Zahlen aber etwas genauer hinschauen. Alibabas Umsatz minimal über den Schätzungen eigentlich nicht der Redewert. Der Beat ist weniger als 1%. Der Ertrag pro Aktie sinkt 5% unter Vorjahresniveau, verfehlt die Schätzungen des Marktes leicht. Und das, obwohl man 4,8 Milliarden Dollar in Aktien im letzten Quartal zurückgekauft hat. Das ist wesentlich mehr noch als im vorhergehenden Quartal. Da waren es 2,9 Milliarden Dollar. Also deutlich mehr Rückkäufe, trotzdem ein verfehltes Ergebnis. Nicht unbedingt besonders gut. Die Aktie ist auch schwächer, aber man muss sich die verschiedenen Sparten mal anschauen. Der Cloud-Bereich performte besser als erwartet. Die internationalen Umsätze im Bereich digitaler Kommerz. 45% Wachstum höher als erwartet. Also nicht jede Komponente ist enttäuschend. Und einzelne Bereiche bei Alibaba laufen doch ganz gut, auch wenn die Aktie heute auf der Verliererseite ist. Tencent hat übrigens auch Zahlen gemeldet. Der Umsatz über den Erwartungen. Und vor allen Dingen liegt der Ertrag deutlich über den Schätzungen der Wall Street. Der Ertrag pro Aktie lag bei 5,26. Erwartet wurden 4,45. Auch die operativen Margen wurden massiv ausgeweitet. Fast 40% über Vorjahresniveau. Sehr gut also. Und man hat auch hier Aktienrückkäufe. So, kurz noch ein Wort zu der amerikanischen Baumarktkette Home Depot. Home Depot unverändert der Wert. Man muss sagen, ne, hokus pokus. Und schau mal, hier ist doch gar nicht so schlecht, ja. Man hat ein bisschen gezaubert. Die großen Konzerne können ja immer so ein bisschen mitmanagen, wie es letztendlich gesehen aussieht bei den Steuersätzen, die man zahlt. Und Home Depot hat einen geringeren Steuersatz gezahlt als erwartet. Daher liegt der Ertrag pro Aktie auch leicht über den Schätzungen des Marktes. Ansonsten aber lag der Umsatz leicht unter den Zielen. Die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte auch leicht unter den Zielen. Also das Quartal war nicht perfekt. Aber man weiß als guter Manager eben, wie man die Wünsche seiner Aktionäre trotzdem bedienen kann. Dann schraubt man halt so ein bisschen an den Steuersätzen umher. Ja, so, der Sneaker-Konzern ON Holding, Schweizer Unternehmen, super Zahlen. Die Aktie ist 14% im Plus im frühen New Yorker Handel. Die Bruttomargen über den Erwartungen. Der Ertrag pro Aktie mehr als doppelt so hoch wie erwartet. Es gibt nur einen Schönheitsfehler. Wenn ein von vier Quartalen des Jahres so unglaublich gut läuft auf der Ertragsseite, warum werden dann die Ziele für das Gesamtjahr nicht auch angehoben? Ist das ein Zeichen, dass wir in Zukunft vielleicht doch eine gewisse Enttäuschung sehen werden? Die Frage ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Interessiert aber die Börse heute nicht. Es geht trotzdem 14% bergauf. So, Google wird heute mit dem Fokus stehen. Wir haben die IO-Entwicklerkonferenz. Das Thema AI-KI wird hoch und runter genudelt. Also, in anderen Worten, wie steht es um Gemini? Wo wird man AI-Tools mit integrieren? Wird man die eventuell auch in der Suchmaschine integrieren? Das wäre dann vor allen Dingen übrigens für Content-Creator auf breiter Front im Netz keine so erfreuliche Entwicklung. Das Geschäftsmodell wird dadurch natürlich sehr stark mit revidiert. Ansonsten haben wir bei Walgreens Spekulationen, dass man Boots verkaufen wird. Die Drogeriekette in Großbritannien, da gab es immer mal Bemühungen. Walgreens muss den Schuldenberg auch reduzieren. Das könnte die Aktie also maßgeblich mitbewegen. Und eine sehr interessante Rede von französischen Präsidenten Macron, der also in Aussicht stellt, dass er gegen einen großen Deal im Finanzsektor nichts hätte. Und zwar, naja, werden damit natürlich die Tore geöffnet für einen Deal mit einem anderen in der EU sitzenden Finanzkonzern einer Großbank. Vielleicht wird die Debatte wieder angeheizt. Deutsche Bank, Commerzbank, wer könnte da in Frage kommen für eine Fusion mit einer starken französischen Bank? Die französischen Banken, die BNP und die Sockgen, stehen auch gerade, was Profitabilität betrifft, ausgesprochen gut da. So, jetzt mache ich an der Stelle mal Schluss. Es bleibt spannend. Morgen früh die Verbraucherpreise. Und nochmal, man sieht es heute auch an der Wall Street. FOMO, the fear of missing out, ist mittlerweile back in town. Die Sorge, die nächste Rallye zu verpassen, ist größer als die Angst, dass wir eventuell eine Korrektur sehen könnten. Mal schauen, ob sich der Markt am Nachmittag halten kann. Die Inflationsdaten, die Verbraucherpreise werden jedenfalls um 8.30 Uhr meiner Zeit, 14.30 Uhr an diesem Mittwoch, mitteleuropäischer Zeit, gemeldet. Euch noch einen guten Handelstag. Bis dann und ciao. Die Sorge, die nächste Rallye zu haben. Bis zum nächsten Mal.